Hola! Ich bin Sancho Panzer, der Diener und treue Freund von Don Quirote, dem Ritter von der traurigen Gestalt. Was, hallo? Ist mein Sancho hier? Er ist in den Spur in uns verstanden und die ganze Arbeit auf dem Hochblatt ging. Er ist mit Donna Lomz unterwegs, als sein Shitknacker. So nennt man ihn dieser fahrende Ritter. Fahrende Ritter, wir sind fahrende Ritter, Ruhm, das ist unser Ziel. Fahrende Ritter, wir sind fahrende Ritter, uns ist keine Mühe, sei zu viel. Ein Rieser! Ein Rieser! Wo? Ja! Der Lund treibt uns weiter voran. Wem unheil, schmach und verderben droht, dem reichen wir, für mein Dach, reichen wir, sterben morgen, reichen wir. Mein Magen knurrt, was sag ich da, der brüllt wie Löwe. Ich geh keinen Schritt weiter, nur bräuchte ich, was du essen kriege. Sancho, Sie! Hier finden wir endlich eine Burg. So, der Burgherr wird dich mit Sicherheit zum Letterschlagen mit allen Hüfen gestatten. Lieber Herr, du möchtest dir das aus wie ein ganz gewöhnliches Wirtshaus. Soll mir nur recht sein, solange soll du was zum Eißen geben. Mein Herr ist fahrende Ritter. Der Herr, hälst das Haus hier, für deine Burg. Ach so, das war schwer, weil wir so spät sein. Was für auch so ein Ort ist, ob die Nase wird dich gerade sein. Ja, der Weg zur Erkenntnis ist oft schmerzhaft. Ja, immerhin ist der gute Zahn schon bei Ihnen. Wer hat das Herz auf dem rechten Fleck? Wer ist auch nicht die hälste Kerl für ein Leuchter? Ihr müsst Ihnen nachreisen. Wer? Wir beide? Ja, ihr beide. Herr, wir sind jetzt schon wieder. Peter, ich bin jetztgerichte. Ich hatte die Nase in einem Rechten. Sie sind einfach wieder, weil wir, was ich gerade gesagt habe. Ich kann, ich bin first, in einem Rechten abgeflogen. Und ich bin heute private. Ich bin heute Abend, da bin ich wieder rausgekommen. Damit bin ich sicher. Dass bin ich das glührende. Und ich bin heute Abend.